Reduziere deine Fettleber in zwei Wochen anstatt von drei Monaten. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit Ernährung Ihre Fettleber wieder loswerden können, welche Ernährungsform Sie wählen sollten, wie viele Kalorien Sie zu sich nehmen sollten, welche Lebensmittel Sie wählen sollten und vor allem zeige ich Ihnen eins, meine Laborwerte, denn ich habe es getan, ich habe 14 Tage Leber, Diät, Leber, Fasten hinter mir und der Vorher-Nachher-Vergleich meiner Laborwerte, der ist wirklich ganz bemerkenswert und den zeige ich Ihnen im Laufe des Videos. Ungefähr 5% des Lebergewichtes darf aus Fett bestehen, wenn es darüber ist, sprechen wir von der Fettleber und es ist wirklich ein häufiges Thema, denn 30 bis 40% der Erwachsenen auf diesem Planeten haben eine Fettleber, nicht nur Übergewichtige, also die Übergewichtigen zu 70%, aber auch schlanke Menschen leiden unter einer Fettleber und mit einer sinnvollen Ernährungsumstellung kann man nachhaltig die Fettleber wieder entfetten, so einfach das klingt, so ist es auch, in zwei Wochen können Sie es sogar schaffen, dass Sie 30 bis sogar 50% des Leberfettes tatsächlich wieder loswerden können. Also ein unglaublicher Vorgang des Zurückkehrens, dieses Entfettens der Leber, das funktioniert tatsächlich. Was ist das Problem eigentlich? Jede Art der überkalorischen Ernährung, wenn wir also zu viel Nährstoffe zu uns nehmen, zu viel Kohlenhydrate, dann wird das Ganze in Fett umgewandelt und das ist der hauptsächliche Grund eben für die Leberverfettung, dieses Übermaß an Kohlenhydraten und gar nicht mal die Nahrungsfette, denn das ist das, was die meisten Menschen denken. Irgendwie, wenn ich Fett esse, dann bekomme ich auch eine Fettleber. Nein, wenn Sie schlechte Kohlenhydrate essen, also raffinierte Weißmehlprodukte beispielsweise, zuckerreiche Speisen, Ballaststoffarm beispielsweise oder halt eben stärkehaltige Speisen, was ich, Polenta oder irgendwie so etwas, dann sind die Voraussetzungen für die Fettleber optimal quasi, dass sie gut wächst, beziehungsweise wenn sie auch sich wenig bewegen, wenig Schlaf, diese ganzen Faktoren, wenig Sonnenlicht, Rauchen, Stress, auch das wissen wir von der Fettleber, dass es beeinflusst im Prinzip diese Risikofaktoren auch fürs metabolische Syndrom, die decken sich quasi hier auch mit der Fettleber in den großen Teilen. Was ist dann das Problem? Wir fördern durch diese Maßnahmen eben die sogenannte Insulinresistenz. Insulin ist das Hormon, das den Diabetikern fehlt. Und was macht Insulin im Körper? Insulin wirkt wie ein Schlüssel. Wir sperren praktisch mit Insulin die Zellen auf, damit die Muskelzellen den Zucker verbrennen können. Und wenn das nicht mehr funktioniert, sucht sich der Zucker quasi eine andere Zellform, die ihn speichert. Und das ist in diesem Fall eben die Fettzelle. Die Frage ist also, wie werden wir diese Fettleber wieder los? Und hier müssen wir aufs Energiedefizit schauen. Das heißt, wir müssen sozusagen weniger Kalorien zu uns nehmen, damit der Körper eben in einen Verbrennungsstoffwechsel reinkommt. Und am aller, aller sinnvollsten ist hier, dass man ein sogenanntes modifiziertes Fasten macht. Was bedeutet das? Unter modifizierten Fasten versteht man jetzt nicht das radikale Fasten, dieses radikalen Fastentur, sondern es sind bestimmte Lebensmittel erlaubt. Ich habe das Leberfasten jetzt durchgeführt. Ich habe es so gemacht, dass ich eben Eiweißshakes zu mir genommen habe und zusätzlich Salat, das Ganze über 14 Tage. Und Sie fragen sich sicherlich, welche Eiweißshakes soll ich denn nehmen? Wie kann das Ganze stattfinden? Erstmal das modifizierte Fasten. Das ist natürlich sinnvoll, wenn man das mit Eiweißshakes macht. Ich zeige Ihnen aber auch im Laufe des Videos dann eine Methode, wie Sie einfach mit, in Anführungszeichen, normalen Lebensmitteln ein Leberfasten durchführen können. Und es kommt bei den Eiweißshakes so ein bisschen auf den persönlichen Gustus drauf an. Es gibt welche mit Milcheiweiß, mit Sojaiweiß, das persönlich vertrage ich unglaublich schlecht. Oder mit veganen Erbseneiweiß, mit den Süßungsmitteln Xylit beispielsweise. Es gibt auch paradoxerweise Eiweißmittel, da ist dann Zucker drin. Oder Fruktose, was ja ganz schädlich ist bei der Fettleber. Oder auch Sucralose, Stevia. Also mittlerweile habe ich noch keine Ideallösung gefunden. Ich bin gerade drauf und dran mit meinem Team, dass wir einen Eiweißshake machen, der vegan ist und der aber auch dann die geeigneten Süßungsmittel enthält, die nicht schädlich sind und der sich dann aber auch noch gut trinken lässt und nach einigermaßen was schmeckt. Also mit diesen modifizierten Fasten, mit diesen Eiweißshakes, können Sie die Leber überproportional schnell entfetten. Nach wenigen Tagen können Sie bereits 20, 30 Prozent des Leberfetts abbauen. Und das reine Fasten, das ist bei der Fettleber echt absolut kontraproduktiv. Machen Sie das bitte nicht, denn Sie gehen in einen Proteinmangel hinein. Sie stellen praktisch die Eiweiße über die Muskeln zur Verfügung und das ist überhaupt nicht sinnvoll, eben wenn man Fett in der Leber abbauen möchte. Hier sind also meine Blutwerte. Was habe ich gemacht? 14 Tage Eiweißshakes. Ich bin geblieben unter, also mit den Eiweißshakes auf 800 Kalorien. 200 Kalorien habe ich dann zusätzlich über Salat zu mir genommen. Kein Obst in dieser Zeit. Und wir sehen den Vorherzustand. Und den muss ich erklären, warum Sie werden sicherlich merken, hier ist mein Bilirubinwert erhöht. Ich habe immer mal wieder Probleme mit dem Bilirubinwert, weil ich einen sogenannten Morbus Meulenkracht habe. Eine genetische, eigentlich belanglose Erkrankung, wo ab und zu der Bilirubinwert nach oben schnellt. Hier habe ich aber blöderweise etwas rum experimentiert für ein anderes YouTube-Video mit einem sehr, sehr hoch dosierten Vitamin, was mir dann diesen Bilirubinwert nach oben gebracht hat. Der ist schon jetzt wieder ein bisschen runtergesunken, aber ich wusste nicht so recht, wie bringe ich denn den ganz runter. Und mir war gar nicht bewusst, dass hier das Leberfasten praktisch so gut wirkt. Wir sehen nämlich gleich, dass dieser Bilirubinwert sinkt. Und ansonsten sehen Sie eigentlich normale Werte. Gut, die Amylase ist hier ein bisschen tief. Das ist einfach, wie man Stärke verdauen kann. Da bin ich scheinbar nicht der Beste. Aber ansonsten sehen Sie, dass ich quasi hier auch normale Leberwerte habe. GOT 13, GPT 27, Gamma GT 17. Also alles im normalen Bereich. Das war so das Blutbild vor dem Leberfasten. Und jetzt kommt das Blutbild danach. Und wir sehen, Mensch, dieser Bilirubinwert, der hat sich wieder eingekriegt. Wenn man mal oben auf die Harnsäure schaut, 4,9. Gegen ungefähr drei Wochen nach Leberfasten habe ich dieses Labor gemacht, ist uns die Harnsäure ein bisschen angestiegen. Warum? Weil ich eben Eiweiß zu mir genommen habe. Mein Eiweißspiegel hat sich verbessert um 0,2 Einheiten. Also mein Eiweißspiegel ist in dieser Leberfastenzeit gestiegen. Und wir sehen die Laborwerte für die Leber. Definitiv nochmal nach unten gesunken, die GOT beispielsweise. Und eben Bilirubin, alles schön. Ich habe keine Fettleber, aber trotzdem wollte ich es einfach mal ausprobieren, wie es sich so anfühlt, wie das ist, wenn man 14 Tage nur Eiweißshakes und ein bisschen Salat zu sich nimmt. Und wie gesagt, das Experiment war super erfolgreich. Dadurch, dass mein Eiweißshake auch Inulin drin hatte, war ich zu jedem Zeitpunkt super, super satt und habe mich hier wirklich gut gefühlt und die Laborwerte sprechen für sich. Wenn Sie also mit dem Leberfasten beginnen möchten, dann heißt es erstmal, wenig Kohlenhydrate, genügend Eiweiße und alle essentiellen Nährstoffe zu sich zu nehmen. Das Ganze sollte man dann schon zwei Wochen durchhalten, denn nur so kommt die Leber quasi wieder in einen natürlichen Stoffwechsel rein. Und da geht es jetzt gar nicht mal so sehr darum, dass die Leber das Fett verliert. Das ist quasi der nette Nebeneffekt. Nein, die Blutfettwerte verbessern sich, der Teilenumfang, der nimmt ab. Die Leber kommt wieder in eine normale Funktionsfähigkeit zurück. Und nach einigen Tagen passiert es sogar, dass die Bauchspeicheldrüse, die unter anderem auch fett werden kann, dass sie auch entfettet. Wir kommen dann wieder in normale Insulinwerte hinein, wir kommen wieder in normale Blutzuckerspiegel hinein. Und vor allem eins passiert, dass die sogenannten Beta-Zellen, das sind die Bauchspeicheldrüsenzellen, die das Insulin produzieren, dass die auch wieder in einen normalen Stoffwechsel hineinkommen. Und auch bei Typ 2 Diabetes kann Leberfasten hier praktisch, wenn die Diagnose noch nicht so alt ist, tatsächlich wieder diesen Diabetes umdrehen. Und man kann hier wieder richtig in einen normalen Blutzuckerstoffwechsel kommen. Und das ist im Prinzip das Ziel beim Leberfasten, dass wir wieder in einen normalen Blutzucker und in einen normalen Insulinstoffwechsel hineinkommen. Deswegen ist auch dieses klassische Fasten so ungeeignet, weil wir einfach hier die Muskelmasse aufs Spiel setzen würden. Während man ja bei längeren Gewichtsabnahmen vor Crash-Diäten warnt, vor Kalorienreduktionen warnt, ist genau das bei der Fettleber eigentlich angesagt, dass man die ersten 14 Tage seinen Stoffwechsel mal in ein Kaloriendefizit fährt. Die Blutfettwerte sinken, der Körper kann praktisch hier wieder die Leber entfetten. Und das ist auch das, was in den ersten Tagen passiert. Das heißt, wir wissen aus Studien, ich habe ja schon einige Videos dazu gemacht, dass es gar nicht dazu kommt, dass sie Gewicht verlieren, dass es gar nicht dazu kommt, dass sie Talienumfang verlieren in den ersten Tagen des Leberfastens, sondern dass es wirklich dazu kommt, dass die Leber entfettet, dass die Leber ihr Organfett abbaut, bei wenig, möglichst wenig Verlust der Muskelmasse. Deswegen sind eben diese Eiweißshakes so wichtig, wenn man richtig niedrig kalorisch rangeht. Auf dem Markt gibt es verschiedene Produkte, sogenannte Formularprodukte, Drinks, meistens sind die so zwischen 800 und 1000 Kilokalorien pro Tag oder 800 Kilokalorien über Eiweißshakes und dann nimmt man ungefähr noch 200, 300 Kalorien über Salat und so weiter zu sich. Und diese Shakes, die enthalten meistens alle essentiellen Nährstoffe, unter anderem auch Omega-3-Fettsäuren beispielsweise. Und dann kann man dazu eben nochmals ein bisschen Gemüse und so weiter essen. Obst ist natürlich strikt verboten. Obst enthält Fructose und diese Fructose wird dann wieder umgebaut in der Leber zu Zucker und was kann wieder zu Fetteinlagerungen führen. Also deswegen Vorsicht mit Diäten, wo Obst mit dabei ist. Was haben wir noch für eine Möglichkeit? Wir haben eben auch die Möglichkeit, die Leber über längere Zeit zu entfetten, elf oder zwölf Wochen. Das Problem ist hier erstmal, es führt zu einer höheren Abbruchrate, weil sie natürlich länger durchhalten müssen. Man hat nicht so sehr diesen Show-Effekt, aber trotzdem zeigen Studien, dass auch das, wenn man das richtig macht, sehr, sehr gut funktioniert. Oder man hat eben diese zwei Wochen der drastischen Umstellung. Auf jeden Fall würde ich Rücksprache halten, wenn weitere Diagnosen da sind, wie Diabetes, Blutdruckprobleme, wenn sie Medikamente einnehmen und so weiter, dass sie auf jeden Fall mit ausgebildeten Leberfastenberatern hier sprechen beziehungsweise mit ihrem Arzt also nicht einfach so durchführen. Übrigens, wenn Sie das interessiert, ich baue derzeit mein eigenes Leberfastenprogramm auf. Sie können sich hier mein Newsletter eintragen. Sie bekommen das kostenlos zugeschickt, wenn es fertig ist. Das wird gemeinsam momentan von mir und einer Ernährungswissenschaftlerin entwickelt. Sie können sich auch in den Newsletter eintragen, wenn Sie weitere Informationen zur Leber, zur Leberentgiftung haben wollen. Also einfach hier in meinen Lebernewsletter eintragen. Abgesehen von so einer Leberentfettungsdiät, was können Sie denn tun, um leberfreundlicher zu essen? Erstens mal, Sie sollten diese ganz extrem süßen Obstsorten meiden, denn die haben einen hohen Fruktosegehalt. Der Fruchtzucker, der wird quasi in der Leber speziell umgebaut zu Leberfett, also runter mit dem Blutzuckerspiegel, Glücksdiät und so weiter, glykämische Last. Das ist hier das Stichwort, dass Sie einfach lernen, was sind Lebensmittel, die meinen Zuckerspiegel stark erhöhen, die dann auch meinen Insulinspiegel stark erhöhen. Was sind Lebensmittel mit einem hohen Zuckergehalt, wie beispielsweise Datteln, wenn wir ans Obst denken. Das sind wahre Fruchtzuckerbomben. Dann sollten Sie natürlich weniger Backwaren, weniger Brot, weniger stärkehaltige Beilagen, wie Nudeln, Mais, Reis und solche Dinge essen und dafür mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte und mehr Salate. Außerdem, Proteine sind extrem wichtig. Warum? Eiweiße sind richtige Sattmacher. Die lösen in unserem Gehirn einfach ein Hormon aus oder Hormonkaskaden aus, die uns mitteilen, Mensch, Hungergefühl, Geh runter, Sättigungsgefühl geht nach oben. Die Eiweiße sorgen für einen erhöhten Grundumsatz. Das heißt, wir steigern quasi unseren Kalorienverbrauch, indem wir Eiweiße essen. Da sind teilweise bis zu 200 Kalorien extra werden verbrannt, wenn wir Eiweiße essen. Außerdem haben wir eben das große Glück, dass der Körper nicht an unsere Muskeln geht, um die Energie quasi zu generieren oder sich zu holen. Wir wissen, je älter das wir werden, desto geringer wird die Muskelmasse. Das heißt, wir sollten also in jungen Jahren Muskelmasse aufbauen und dann dafür sorgen, dass wir sie möglichst lange haben. Und sie sollten eigentlich die Kohlenhydrate tauschen gegen die Eiweiße. Ich sehe es immer wieder bei meinen Patienten, die Eiweißspiegel, die sind sehr, sehr tief. Achten Sie auf eine gute Qualität. Hier heißt es nicht, dass man massenhaft, wenn Sie Fleisch essen oder Fisch, massenhaft davon isst, sondern dass man einfach wirklich eine gute Qualität isst. Achten Sie auf mehr gute Fette. Ja, so komisch das klingt, bei einer Fettleber sollten Sie wirklich gute Fette zu sich nehmen. Wir haben also zwei bewährte Fettarten. Einmal die einfach ungesättigten Fettsäuren, wie Olivenöl beispielsweise, wie Rapsöl und dann die guten Omega-3-Fettsäuren, Meeresfisch, Hering beispielsweise, Lachs, Makrele. Und wieso sollten wir mehr Fette zu uns nehmen bei einer Fettleber? Tauschen Sie Kohlenhydrate ruhig gegen Fette und Eiweiß aus. Warum? Die Fette hemmen praktisch die Enzyme, die Gene, die dafür sorgen, dass dann aus Kohlenhydrate wieder Fett aufgebaut wird. Das ist erstmal das Erste, was passiert. Zweitens, gerade die Omega-3-Fettsäuren, die mindern die Entzündungsneigung, denn so eine Fettleber oder die Fettzellen, die machen natürlich eine massive Entzündungsneigung im Körper. Hier geht es um viele, viele Kilo Gewebe, die quasi die Entzündung vorantreiben und sie mindern praktisch dann diese Omega-3-Fettsäuren, die Entzündung in den verfetteten Leberzellen. Denn das Problem ist, dass sich aus der Fettleber ja dann irgendwann mal auch eine Leberzirrhose, ein knotiger Umbau, dass der stattfinden kann. Deswegen müssen wir verhindern, dass quasi die Fettleber uns eine Entzündungsneigung zusätzlich in der Leber immer wieder 24 Stunden am Tag unterhält. Halten Sie sich fern von so minderwertigen Fettsäuren wie Sonnenblumenöl, beispielsweise Distelöl, Maiskeimöl. Ich weiß, das ist das, was in den Haushalten nach wie vor traditionell verwendet wird, weil es halt einfach schon immer verwendet wird. Deswegen ist hier der Fisch beziehungsweise die hochwertigen Öle, Leinöl und so weiter, viel, viel, sind viel, viel besser geeignet. Sie können natürlich auch Omega-3-Fettsäuren über Algenpräparate zu sich nehmen, Algenöl, so kommt es ja auch in den Fisch. Die Fische essen diese Algen. Ich persönlich nehme auch jeden Tag meine Omega-3-Öle ein als Kapseln. Also mir schmeckt es nicht, wenn ich es übers Essen gebe, dieses Algenöl, sondern ich nehme es als Kapsel zu mir. Nehmen Sie auch gute Ballaststoffe für Ihre Darmflora zu sich, beispielsweise Beta-Glucane und Inulin, das sind Ballaststoffe, die beispielsweise sind Schwarzwurzel oder Tompinambur, Beta-Glucane in Hafer oder Gerste vorhanden sind und diese Ballaststoffe, die füttern unsere Darmflora regelrecht. Die Darmflora oder die Darmbakterien können aus diesen Ballaststoffen dann die kurzkettige Fettsäure Butyrat, also Buttersäure, machen. Butyrat ist extrem günstig zur Verminderung des Entzündungsstatus und damit unser Gehirn wieder glücklich ist und damit wir keinen Hunger produzieren. Diese Ballaststoffe haben weitere Vorteile, sie sorgen für eine gute Darmflora und vor allem, sie machen eins, sie machen satt. Leider Gottes gibt es jetzt Menschen, die diesen Ballaststoff Inulin nicht sehr gut vertragen, sie bekommen dann wahnsinnige Bauchschmerzen drauf, der Großteil der Menschen werden dann die Beta-Glucane schon vertragen, denn die sind häufig in Haferflocken beispielsweise drinnen, gerade deswegen ist ja diese Overnight Oats und sowas sind ja deswegen recht gesund. Wir wissen aus der Forschung, dass Beta-Glucane den Cholesterinspiegel nach unten senken können beispielsweise, es gibt da ganz spezielle Pulver dafür, muss einfach nur langsam damit anfangen, langsam einschleichen und häufig ist es so, dass diese beiden Ballaststoffe dann am Anfang ja alkoholisch vergehrt werden, die Blähungen können zunehmen, warum? Wenn Menschen eben die Darmflora nicht so optimal besetzt haben mit guten Bakterien, dann werden quasi die Darmbakterien überfüttert und das führt dann zu Blähungen. Also langsam einschleichen, den Darmbakterien auch die Zeit geben, dass sie daraus sich wieder entwickeln können, dass sie neue Stämme bilden können beispielsweise, das ist extrem wichtig. Die Frage ist, wo sind diese Ballaststoffe drinnen beispielsweise? Inulin werden Sie finden auch in vielen Leber-Entgiftungs-Drinks beziehungsweise in Leber-Fasten- Eiweiß-Drinks, warum? Inulin macht einfach satt. Es erhöht praktisch das Volumen im Magen, also das gibt einfach einen schönen Sättigungseffekt. Wie gesagt, es gibt Menschen, die können das nicht vertragen. Häufig ist es oder viel ist es in Gemüse, wie beispielsweise Chicorri, in Löwenzahn, in Knoblauch, in Zwiebeln, Lauch, Topinambu habe ich schon erwähnt und auch die Schwarzwurzel und wie gesagt, die Beta-Glucane häufig eben ganz, ganz in hoher Menge im Hafer vorhanden. Und dann gibt es noch leberaktive Nährstoffe, das wird Ihnen auch immer mal wieder auffallen. In diesen Leberfasten-Drinks sind die enthalten. Vitamin E beispielsweise, eine erhöhte Zufuhr von Vitamin E entfettet die Leber, ist viel enthalten in Nüssen oder in Olivenöl oder in Mandeln. Vitamin E schützt auch vor Entzündungen. Dann haben wir noch einen Stoff, Cholin. Cholin, ein wahrer Leber-Reparaturstoff, wenn man so möchte. Cholin ist enthalten in der Rinderleber beispielsweise, auch im Rindfleisch, Schweinefleisch, Seelachs, Kabeljau und vor allem im Ei. Und dieses Cholin ist in der Lage, quasi die Leberzellwand wieder zu reparieren. Ich setze das schon sehr, sehr lange ein, auch als Infusion beispielsweise. Und wir haben noch zwei besondere Aminosäuren, einmal Carnitin und einmal Taurin. Carnitin ist eben auch ganz, ganz besonders interessant für die Entgiftung der Leber beispielsweise, auch für den Leberstoffwechsel, für die Energiebereitstellung der Leber. Es normalisiert oder kann hohe Leberwerte normalisieren, verbessert auch die Blutzucker und Blutfettregulation, so kann man sich das vorstellen. Ähnlich ist es auch mit Taurin. Taurin, die Aminosäure, wirkt hier positiv ein auf die Insulinausschüttung beispielsweise. Diabetiker 2, Typ 2 Diabetiker, die haben häufig einen niedrigen Taurin-Spiegel, also die profitieren, wenn man das dann gibt. Und gerade Patienten, die Typ 2 Diabetes haben und Fettleber, die sollten hier Taurin zu sich nehmen und sollten darauf achten, dass sie eben hier diese hochwertigen Proteine zu sich nehmen. Meistens halt eben in Form von kleinen Presslingen oder Eiweißpulver. Zusammenfassend, was können sie also tun? Wir brauchen mehr hochwertige Proteine bei der Fettleber, wir brauchen mehr ungesättigte Fettsäuren, wir brauchen mehr Omega-3-Fettsäuren, wir brauchen essentielle Mikronährstoffe, ein paar habe ich Ihnen herausgearbeitet, wir brauchen ein paar Laststoffe für eine gute Darmflora und wir sollten einfach ein voluminöses Essen nehmen mit relativ wenig Zucker, relativ wenig Fruchtzucker und dafür einen höheren Gemüseanteil. Und jetzt werden sie sich fragen, ja wie schaffe ich das alles, gibt es hier einen Plan? Wie gesagt, wir arbeiten gerade einen Plan aus, meine Ernährungswissenschaftlerin und ich gerne in den Newsletter eintragen. Sie können aber auch auf bewährte Konzepte zurückgreifen, wie beispielsweise die Logi-Ernährung. Logi ist ein Ernährungskonzept, wo sie einfach herausfinden, wie kann ich mich ernähren, damit der Blutzucker schön stabil bleibt beispielsweise. Sie können auch Metabolic Balance machen beispielsweise. Sie können auch das Leberfasten nach Dr. Worm sich einmal anschauen. All das sind eben Konzepte, wie wir den Gemüseanteil erhöhen können, wie wir den Eiweißanteil erhöhen können und wie wir einfach den Blutzuckerspiegel senken können. Was sie auch machen können, davon bin ich ein sehr, sehr großer Fan, wieder einmal die mediterrane Ernährung und hier in dem Fall die modifizierte mediterrane Ernährung. Das ist eben eine mediterrane Ernährung mit einer niedrigen glykämischen Last, Sättigungsgrundlage, einmal mehr Gemüse, beispielsweise Pilze, dort darf man auch Beeren zu sich nehmen, viel Fisch, viel Milchprodukte, Öle, Nüsse, Hülsenfrüchte und so weiter. Das ist die Grundlage. Hier gibt es auch schöne Studien beim Thema Fettleber oder zum Thema Fettleber und mediterraner Ernährung. Wenn Sie mal dann dieses intensive Leberfasten durchführen möchten, diese zwei Wochen, sprechen Sie bitte, wenn Sie Vorerkrankungen haben, wenn Sie Medikamente haben, auf jeden Fall mit Ihrem Arzt, mit Ihrer Ärztin, warum es kann schon ganz erhebliche Auswirkungen auf Ihren Stoffwechsel, auf den Blutdruck und so weiter haben, wenn Sie so eine Kalorienreduktion haben. Das heißt, Sie brauchen hier definitiv mal eine therapeutische Begleitung. Häufig fragen sich dann auch Menschen, ja wie ist es denn, da kann ich doch gleich ketogene Ernährung machen, das muss doch dann recht gut sein und recht sinnvoll sein. Ja, aber es muss wirklich richtig umgesetzt werden, nur so können Sie über die ketogene Ernährung die Fettleber reduzieren. Was sehen wir bei der ketogenen Ernährung? Eventuell steigt Ihr schlechtes Cholesterin an, das LDL-Colesterin. Hier ist die Qualität der Nahrungsmittel entscheiden, Sie brauchen wirklich gesunde Fettquellen, Sie brauchen gesunde Proteinquellen. Das ist jetzt wirklich eine dumme Idee, wenn Sie einfach sagen, okay, ich esse jetzt 14 Tage nur Hühnchen vom Discounter, das wird sicherlich nicht zum Erfolg führen. Sie brauchen größere Mengen von Gemüsen beispielsweise, von Ballaststoffen und Sie dürfen den Energiebedarf nicht überschreiten. Das heißt, Sie können nicht einfach wahllos eine ketogene Ernährung machen. dort spricht die Studienlage wirklich eindeutige, eine eindeutige Sprache. Ich kenne auch persönlich viele große YouTuber aus Amerika, die sehr die ketogene Ernährung propagieren. Es sind alle zurückgerudert, denn die Studien haben gezeigt, die ketogene Ernährung ist nicht das, nach was es sich am Anfang anhört. Das heißt, Sie sprechen jetzt schon von Healthy Keto und so weiter, Sie sind ein Stück weit von dieser radikalen, niedrig Blutzucker, ketogenen Ernährung zurückgerudert. Ich hoffe, das Video konnte Ihnen was bringen. Wie gesagt, tragen Sie sich gern in den Leber Newsletter ein. Wir werden eine Leberkur entwickeln, die schicken wir auch kostenlos Ihnen zu. Es wird noch einen Moment dauern, sowas ist nicht über Nacht gemacht, dann freue ich mich, wenn Sie das Video teilen. Wenn Sie Anregungen durch dieses Video gefunden haben, lassen Sie mich einfach in die Kommentare wissen, auch was für Sie funktioniert hat, für Ihre Fettleber und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zuhören und bis bald.